dann nix neues bekommen aber ja es hat geklappt aline danke dass du kurz reingeschaut hast ganz viel spaß seit zwölf uhr mit oh gott ich habe unglaublich viele clips gestern machen können ist der wahnsinn bearbeitet habe ich die schon muss noch hochgeladen werden also es wurde gemutmaßt dass ich das hier vermutlich nicht dreimal gemacht habe und es wurde gemutmaßt dass eigentlich oder im kopf war es bei manchen dass sie nicht wiederkommen wenn man es fertig hat und deswegen sind wir jetzt hier machen das noch mal mit dem von welchen knapp in dem menschengebäude aufwelt aufwelt ein bisschen fern noch schön dass du da rein schaust wie geht es dir was für eine smartwatch hast du geholt oder und eigentlich ganz viel spaß verdammt ich hab du bist auch unterwegs da ne veranstaltung weiß nicht was und so viel spaß viel erfolg und gesund nach hause okay wir machen das jetzt sofort ich will es hinter mich bringen ja komm lass mal spielen bra 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 ach ja hallo bitteschön einmal alles von welchen sag ich schon kebab clip habe ich auch verarbeitet okay pass auf a oma guter start samsung galaxy 6 classic a oben a unten oben a unten okay a oben a unten und rechts okay a oben a unten und rechts okay hälfte haben wir okay okay zwei noch oben a oben a unten und rechts links oben rechts links oben ich hab nach links gedäunt das ding ist man muss das hier mit dem rechten stick machen und ich und der rechte stick in diesem spiel werden alles aber keine freunde mehr absolut keine freunde warum sagst du freche warum sollte das freche sein controller und unvermögen ist es don't go near skull kids stephanie why nur 370 grad nicht funktionieren da geht einem das herz auf war was hier nicht grüß dich wie geht es hier okay unten links a oh gott schlechter start unten links a unten links a unten unten links a unten unten links unten 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 rechts unten links unten links unten unten rechts unten unten links unten links unten links unten rechts unten rechts ich hab wirklich nach links gedrückt ich kann mir das zweite noch merken ich kann mir das zweite noch merken das ist mein Lieblingsvideogame, ich liebe Ocarina of Time auch sehr viel ich hab vorhin von Fröschen gesprochen ah ok perfekt beim letzten da geht mir das herz auf das ist meine smartwatch gerade hier ja lass mal andere spielen äh classic ja ja every seven should play it oben a unten ich guck jetzt auf den controller wenn ich das mache oben a unten rechts ok Biele, 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 Biele. Super. Moin, Kinder, ich grüße dich. Bin gleich wieder da. Oben, A, unten, rechts, oben. A, unten, rechts, oben. Oben, A, unten, rechts, oben. Oben, A, unten, rechts, oben. Und A. Oben, A, unten, rechts, oben, A. Oben, A, unten, rechts, oben, A. Zwei noch. Nicht verdrückt, Marco. Gleich wieder in den Chat. Unten. Oben, A, unten, rechts, oben, A, unten. Oben, A, unten, rechts, oben, A, unten. Einen noch, bitte. Rechts, oben, A, unten, rechts. A, unten, rechts, oben, A, unten, rechts. First Tryl wieder. Was ist dich, Zelda? Verstehe die Frage leider nicht. Weil Prinz das beste Spiel ist auch nicht verkehrt, aber das hier ist gerade was anderes. Hallo, 30, grüß dich. Äh, sieh, das hat ganz viel Spaß. Ich habe super viel Spaß. Hier ist alles super Spaß gemacht. Und alles umsonst. Alles umsonst. Spiel sie mit uns? Nein. Josef, ich grüße dich. Wie geht's dir? Okay. Das heißt, wir müssen weiter suchen. Also ein Herzteil, Behälter und Nachtschwemmer. So ein Ding ist das. Es ist so schwer. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Das musst du insgesamt dreimal machen. Aber habe ich das nicht dreimal gemacht? Meint, ich muss das nochmal machen? Das stimmt auf jeden Fall, Jenny. Ich liebe die Musik. Erst recht hier. Weiß man denn, ob die weg sind? Nochmal, ja. Kann man irgendwie sagen, ja, die sind weg, wenn ich die fertig habe? Ich mache es nochmal. Okay. Ich denke, danke für ein Glück. Dann machen wir es nochmal. Ja, wir spielen nochmal. Wir fangen an. Unten, rechts, unten. Guter Start. Kann ich mir merken. Ach du heilige. Birgit, viel Erfolg. Unten, rechts, unten, oben. Unten, rechts, unten, oben. Rechts dann wieder, okay. Unten, rechts, unten, oben, rechts. Unten, rechts, unten, oben, rechts. Jenny, danke für den Support. Und wieder oben. Oben, rechts, oben, okay. Sehr gut. Hände bei euch, grüß dich. Wie geht's hier? Unten, rechts, unten, oben, rechts, oben und... Unten. Unten. Einmal noch. Gut, das ist mir jetzt auch eine Nachfrage. Unten, rechts, unten, oben, rechts. Oben, unten. Rechts, okay. Rechts, oben, unten, rechts. Boah, die Flippers haben mich echt rausgebracht. Hallo, Jonas. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Also, ich hab das doch schon bestimmt einmal geschafft. So, was würden die tun wollen? Nur Lügner. Was fehlt noch zu 100%? Ein Herzteil. Dann müssen wir noch bei den Behältern gucken. Also, hier Köcher und sowas und die Stöcke. Was da Maximum ist. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Und wir brauchen noch sechs Nachtschwärmer. Hier hab ich schon mal Herzteil bekommen. Danke. Also, ich hab jetzt gerade zweimal hintereinander geschafft. Okay. Patricia. Schön, dass du da bist. Wie geht's hier? Im Wochenende kannst du jetzt 24 Stunden zocken. Josef, mach es. Lebe deinen Traum. Und danke, FCB. Okay. Das macht das Ganze aber nicht einfacher. Hallo, Judith. Wie geht's dir? Soll ich das nochmal machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das letzte Mal abgebrochen hab. Und das wäre dann das dritte Mal gewesen, weil ich es jetzt zweimal geschafft habe. Und den Bums haben wir eigentlich auch schon angeschossen. 30? Warum stand ich 30? Die geht super und die geht's auch gut. Dankeschön. Und Judith, vielen Dank fürs Folgen. Warum kann man das machen? Gut, gut, nur sauermüde. Du kannst ja immer noch ausschlafen. Mir geht's so gut. Dankeschön. Wart mich sehr gerne. Danke, danke. Nur für die Börse ist maximale Anzahl. Okay. Das ist auch geklärt. Nein, Navi, du lässt mich jetzt in Ruhe. Da hinten haben wir auch den Handel gemacht für die Stöcke. Ja, natürlich befindet sich das so nicht. Ja, ja, okay. Ein bisschen schlafen, ein bisschen essen, ein bisschen trinken zwischendurch. Das ist okay. Das ist okay. Aber sonst ab an die Konsole oder am PC. Also früh wach werden, dann könnte ich was länger schlafen. Was heißt früh wach werden? Über wie viel Uhr reden wir dann? Wie alt sind sie? 114. Maximilien, das hast du mich gestern gefragt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Soll ich mir eine Karte aufmachen? Wir rennen das ab, die offensichtlich sind, die wir noch nicht haben. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Gegen 4 Uhr wach geworden. Da ist früh. Wahnsinn. Wahnsinn. Dann drücke ich mal die Daumen, dass du bis 6 schlafen kannst. Finde ich bestimmt im Gefühl ausschlafen. Ähm, genau. Herzhalle sammeln. Mir fehlt ein einziges. Ein einziges fehlt mir. Sollene Ursulas haben wir alle. Wir haben alle Masken. 6 Nachtschwimmer fehlen. Ach ja. Ach so. Aber wenn ich gerade mal hier bin. Oh, wir gehen nochmal kurz zurück. Wir gehen kurz zurück. Richtiger Opa. Ja, fast früher. 100 Mal gespielt haben wir nie gesammelt. Ja, muss man ja auch nicht, ne? Ich habe das Kind auch relativ oft gespielt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, im Stream können wir mal 100%. Jetzt verzweifeln wir ein bisschen. Das ist ihr Lieblingsgetränk. Mehr zur Mix. Wenn wir da eingeschlafen können, dann konntest du nicht mehr schlafen. Klassiker. Na, klasse. Äh, wir können die Maske noch zeigen. Da kriege ich auch nochmal irgendeine Erweiterung für den Beutel. Aber wo war die? Ich habe nur eine Vermutung. So, und dann jetzt hier links. Ich glaube, dann müssen wir hier nochmal geradeaus und dann können wir wieder links. Na, wir lassen mich in Ruhe. Ja. Und hier geht es noch weiter. Ich will ja zu den Händlern. Was ist mit den Bäumen? Da geht es nicht weiter. Ah, wo war der Ort nochmal? Mal. Da kommen wir halt zum Tempel. Da will ich nicht hin. Max, der mir dann was los. Warum stellst du komische Fragen? Ähm. Ne. In der hylianischen Steppe wachsen viele Bäume südlich des Flusses. Hallo, Lilifax. Wie geht es hier? Dass im Wasser den Burggraben fällt, kannst du einen einzelnen einsamen Baum entdecken. Oh, FCB, da gehen wir gleich mal hin. Gut, nice, das freut mich. Was machst du so? Da geht es nicht lang. Kannst du mal Fortnite spielen, das würdest du nicht sehen. Es gibt hunderttausende von Menschen, die es viel besser machen. Viel, viel besser. Hä, wie alt sind die, Herr Prof, Puppe? Puppe, äh, 187. Da warst du schon, okay. So, es gab nur die verdammten Dekohändler. Wir gehen gerade wieder zurück, ne? Ja. Gehen wir. Da können wir nicht lang. Lina, wie alt bist du eigentlich? Zehn? Sehr weise. Voll weise. Auch nicht. War das denn nochmal? Ich meine, das war denn hinten hier die Richtung. Jess Wink, mich grüß dich. Wie geht es hier? Haben sie einen Windows-Mail? Maximilian, warum stellst du komisch die Fragen? Was ist los? Kannst du meine Mutter grüßen? Hallo, Frau Junge. Bäume, ja. Ähm, ich wollte es gerade nur als Kind hier ausnutzen. Mit der Maske. Hier ist es. Hier ist es. Kannst du meine Mutter grüßen? Hallo, Mutter. Können wir irgendwo runter? Irgendwo geht es hier runter. Können wir die Maske zeigen? Irgendwo. Ja, danke. Meine. Hallo, deine Mutter. Hallo, deine Mutter. Da ist es. Ein Schmetterling. Danke. So, hallo. Ich habe hier was. Den Witz einfach überlesen. Alina, I'm sorry. Hallo. Ich muss ein Lied spielen. Doch nicht. Meins, meins, meins. Ich muss irgendwie doch einen Vorteil erdenken. Meins, meins. Ähm. Hallo? Ähm. Plans with Zombies ist auch gut. Habe ich vorher auch viel gespielt. Den ersten Teil auf jeden Fall. Aber müsste ich nicht hier noch was bekommen? Moin Luca, wie geht's dir? Oh, da muss ich hier ein Lied spielen. Ähnliche Rubine. Holy shit, geil. Ja, muss ich hier ein Lied spielen? Ähm. Es kommt bald eine neue Handyversion für Mods raus auf Twitch, ne? Bei iOS haben sie es jetzt schon angekündigt. Android weiß noch nicht. Dann kann man auf jeden Fall mehr machen. Warum kommt der raus? Mir wurde gesagt, ich muss mit der Maske hier hin. Ich lasse es regnen. Ich lasse es regnen, weil ich es kann. Oh, ist die Sonne. Auch falsch. Ähm. Auch nicht. Eine gelbe Maske gibt es sogar. Das ist ein bisschen schade. Musst du dem hinlaufen? Aber warum macht der denn nichts? Ähm. Ohne meine Nachrichten zu verlässlich an, das weiß ich nicht. Ist die Uhrzeit ein Problem? Ja, auf jeden Fall ein paar Mods tut es auf jeden Fall. Ich geh nochmal raus und rein. Irgendwas stimmt dir doch nicht. So. Hallo. Jetzt kommen die wieder raus. Weiz, 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 weiz. So, aber jetzt kommt er nicht raus. Der große. Er bleibt drin. Wir müssen wohl eine andere Maske noch nehmen. So kommen wir jetzt wieder, Rubine. Tatsächlich. Der nächste Money Glitch. Das ist ja toll, dass wir so viele Möglichkeiten haben, Rubine zu bekommen. Schön. Okay, FCB, wir müssen gleich helfen. Wie ich zu der Stelle komme, in der Steppe, ne? Wir müssen es erstmal ausprobieren. Sonst gehen wir auch nochmal in die Eishöhle. Keine Ahnung. Was wollen wir mal machen? Jetzt geh ich auch noch auszusehen richtig. Ein Rode NT-USB habe ich. Was kommen wir denn hier? Ciao. So, ab zum Anfang. Upp. So ein Ding ist das. Eishöhle oder so. Ah, ist schwierig. Einfach schwierig. Also, vielen Dank für den Support. Wo sind circa die Bäume? Mit der Bombe? Ist es hier links zufällig? Boah, hau ab. User, danke auch an dich. Ich habe die auch noch nie gekillt. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Da können wir die gar nicht treffen. Die gehen durch. Alles klar. Coole Gegner. Südlich des Flusses, dessen Wasser den Burggraben füllt. Ich hätte es vielleicht da gedacht. Aber Burggraben? Das ist ja da oben. Dankeschön, Sunny. Bis dahin. Hallo, Benzer. Wie ist die Lage? Trout, Hout, Hout. Können wir als Kind gegen den Wettrennen machen oder so? Kriegen wir von dem her Teil? Auf jeden Fall, Buddha. Auf jeden Fall. Danke fürs Folgen. Hallo, Mario. Wie geht's dir? Nein, okay. Okay. Danke, dear Buddha. Der Burggraben ist ein Kakariko. FCB muss mir helfen, ne? JJ, wie grüßt dich? Wie geht's dir? Aber wir meinen jetzt nicht das hier, ne? Bogenschießen haben wir gemacht. Ja, zweimal. Da haben wir es safe. Also hier ist es auf gar keinen Fall. Ah, das freut mich, Mario. Das freut mich. Weiter eine gute Besserung. Aber mir geht's gut. Doch, ich kann nicht klagen. I am zufrieden. Wir sind hier in Germany. Einen einzelnen, okay. Also das hier sieht ja schon ein bisschen südlich aus, der eine da, ne? Gut, dann nehme ich jetzt auch eine Nachfrage. Das ist der Burggraben, ne? Und jetzt südlich davon. Südlich davon wäre natürlich in die Richtung. Der ist bei der Long Long Farm. Aber der sieht auch sehr alleine aus. Da würde ich auch behaupten, da haben wir nichts gemacht. Aber ist es er, ist es er nicht. Da eine Bombe. Da müsste es ja auch vibrieren, ne? Aber schon mal eine Bombe ausfielen hier. Viele Versuche haben wir nicht. Ein Herz fehlt, ja. Müsstest du hier nicht eigentlich vibrieren, dann? Du meinst ja auch südlich. Und eigentlich südlich ist es wirklich in die Richtung. Das ist ein bisschen Ruhe. Ich habe zu tun. Ich suche einen Baum. Der steht halt auch alleine da an der Long Long Farm, ne? Ich hatte auf jeden Fall das Folgen. Wurde schön, guten Abend. So. Und so einem einsamen Baum weiß ich nicht, ob ich es gemacht habe. Horror Kids war es nicht. Nein, eben nochmal zweimal gemacht. Ist auch zufällig im Bild. Ich hatte mein großes Abenteuer damals... Ah, meins auch. Safe, ja. Ich wollte es mal nachholen. Damals haben wir Release gespielt und jetzt mal aufrichten ein bisschen. Macht schon extrem viel Bock. Wir gehen weiter in den Süden. Dankeschön, Franzi. Sie sind nicht von dir. Ein einsamer Baum. Gut zuhörig ist hier ein einsamer Baum. Aber wir sind halt hier schon super weit südlich, ne? Also da hinten, wo die Fieden sind... Ne, das kann es nicht sein. Danke, Thiago. Hast du alle Wundererbsen, also Axa, abgeschickt? Wie... Was meinst du damit? Spencer, danke schön. Das ist schon echt zu weit weg, ne? Ja, ja. Also wir haben alle Erbsen halt gekauft. Ob ich jetzt überall hoch bin, kann ich hier nicht aus dem Kopf sagen. Ich würde sagen, ja. Ah, ne. Ne, kann ich nicht sagen. Vielleicht. Jeder davon bringt dich zu einem Herz teil. Puh, jetzt so aus dem Gedächtnis würde ich sagen, müsste es passen. Hallo Pop, mich schön, dass du da reinschaust. Aber hier ist ja kein einsamer Baum, ne? Da hinten vielleicht eher. Wir müssen es einfach ausprobieren. Auch wenn wir vielleicht uns ein bisschen sicher sind, dass ich ihn schon geholt habe. Immer noch mit dem Herz da. Ja, ja, ja. Das wird noch ein Kampf. Vorher Maximilian. Rechts neben dem Burgram bei Kakariko. Gehen wir gleich mal hin. Vibriert's hier. Ja. Und, ah, ein bisschen vielen Dank fürs Teilen und... Indien und Dian, vielen Dank fürs Folgen. Ist hier noch irgendwie was... Muss ich als Erwachsener hier hin? Ist hier irgendetwas? Hallo Jesse, wie geht's dir? Da war ein Herzteil, okay. Also wir können auch wirklich nichts mit dem Postboten machen, ne? Außerdem halt die Mütze geben. Kannst du russisch? Nein. Du, Dennis? Können wir wirklich nichts machen. In meinem Kopf ist ja irgendwas eigentlich. Vielleicht zu früh aus der Eishöhle raus. Wir können auch gleich mal in die Eishöhle gehen. Ist gar kein Problem. Ist gut, in dem geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Ich kann russisch. Nice. Und die Odin? Ich kann den Namen leider nicht so gut lesen. Der von Support. Hallo Denise, wie ist die Lage? Weiß du, sind zwei Stück? Weiß ich nicht, ob ich da zwei Stück habe. Dankeschön, Dennis von Support. An die Odin! Ey, das ist, weil du dir eine andere Schriftartage gemacht hast, ne? Ich kann's nicht richtig lesen. Wenn ich so dappert führe. Tut mir leid. Gut und dir, wer war dein Tag? Oh, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Gibt schlimmere Tage. Ah, ich glaub da mit dem Baum links haben wir schon. Können zu viel nicht alles gut okay. Ich bin einer von vielen. Schade. Wir gucken trotzdem mal. Haben wir hier was? Würde hier einfach eins liegen? Ah, so nicht, Fräulein. So nicht. Okay. Aber. Hier ist gar nichts. Oder wir haben es halt schon. Im Auge der Wahrheit? Unglaublich guter Call. Easy snack. Okay. 2. 2. 2. 3. 11. 11. 15. 16. Vielen Dank.